Kannst du auch Parfüms bis zu 100 Euro empfehlen? Wenn ja, welche sind das? Natürlich. Es gibt auch gute Designer-Düfte unter 100 Euro, die einfach super empfehlenswert sind. Hier sind einige davon und zwar ist das hier der erste. Zadig & Voltaire This Is Him. Also Preisleistung stimmt einfach. Der Duft riecht teurer als er ist. Er riecht am Anfang ein bisschen pfeffrig frisch und wird danach so ein bisschen würziger und vanilliger mit süßen Weihrauch. Also wirklich go for it. Das ist ein richtiger, richtiger Tipp von mir. Also den liebe ich gerade. Dann ein Duft, den ich auch immer wieder empfehle, ist Stronger With You Intensely von Armani. Ist ein perfekter Duft für den Winter. Er riecht auf jeden Fall süßlich. Er riecht nach Tonkabohne. Ein bisschen vanillig und zimtig und kommt sehr, sehr gut bei Frauen an. Also auch was für ein Date. Dann habe ich hier noch eine spritzige Grapefruit. Der Duft riecht wirklich wie eine frisch gepresste Grapefruit. Dolce & Gabbana Light Blue Forever. Das ist diese Version hier. Ist auch gut im Winter, weil dann riecht sie so ein bisschen gefroren. Der Duft riecht einfach, hey, trage ich selbst, weil ich ihn einfach so gut finde.